Hallo, meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Zelda Mikros. Wir sind immer noch im Mikros und das Projekt wird tatsächlich bald vorbei sein. Ups, das war zu viel. Da wir halt echt nicht mehr viel zu tun haben. So, Mikros geht sehr, sehr fix zu erledigen und ja, deswegen wird es nicht mehr viel. Viele Parts in Anspruch nehmen, sag ich mal. Das ist die 3, die 2, die 1 ist fertig, die 4. Dann haben wir hier die 3 und hier nur eine 1. Ja, also dauert wirklich nicht mehr lange. So, Mikrofon nur einmal kurz zurecht drücken. Okay, dann haben wir das hier. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir hier die 5, haben wir hier zwei Einsen. Hier, 2, 2... Ne, 3. Ups. Äh, so. Oder? Ja, ist richtig. Gut. Ich bin ja gar nicht wenig bewirrt. Hier haben wir die 5 irgendwie. Hier die 4. Zack. 3. Äh, die 2 haben wir fertig. Hier die 2 haben wir fertig. Das ist hier die 3. Haben wir hier noch keine 2 mehr. Das, zack. Das ist fertig. Das ist fertig. 2, 3, 1, die 2. 2, so und so. Man kann sich eigentlich ganz gut unten orientieren. Unten rechts für euch halt. Ähm, an dem Ganzen. Äh, 5 und 2 ist 5. Ja. Oder? 1, 2, 3, 4, 5. Zack. 1, 2. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, du bist da. Okay. Äh, nicht fad was. Fad, fad, fad. Mhm, fad was falsch gemacht. Fad was falsch gemacht. 3, 2. 3, 2. Das ist schon mal eine 1. 2 und 2. 1 und 4. Über das alles schon mal x'n. Über die 5. 1, 5, 1. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Zack. Zack. Hier ist die 2. Hier ist die 2. Hier haben wir eine 1. Hier haben wir eine 1. 2, 1. Äh, hier die 1. Zack. 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 Die 6 irgendwie. Die 7. Die 5. Hier die 6. Hier eine 1. Und hier eine 6. Nice. Ähm, oha. 1, 2, 3, 4. Zack. 1, 2, 3. Zack. 1, 2, 3, 4. Okay. Das gleiche haben wir hier, aber spiegelverkehrt. Sag ich mal. So. Hier muss die 3 sein tatsächlich. Hier keine 4 mehr. Hier haben wir die 3 verbunden. Die 3 fertig. Das ist eine 2 auf jeden Fall. 2, 2, 3. Zack. 1, 2, 3. Jo. Ähm. Das ist 2. Zack. 1, 2, 3. Ähm. Hier unten ist eine 3. Irgendwie. Hier haben wir eine 3. Hier muss noch eine 2 hin. Hier eine 2. Hier die 4. Perfekto. Hier eine 2. Keine 3 mehr. Hier die 4. Die 3 ist fertig. Ähm. Hier die 3. 2. 3, 2. Zack. Das alles fertig. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Hier noch irgendwie die 3. Hier muss noch die 3 so hin. Hier die 2. Die 1. 2. 3 und 3. 5. 5. 3. 3. Und 3. Sehr nice. Es geht nicht viel zu kommentieren, Leute. Außer das, was ich gerade mache. Okay, das ist wieder sehr, sehr einfach hier. Zack. Erstmal eine Menge weg, Xen. Hier schon mal 3. Dann haben wir das hier fertig. 3, 2, 3, 3, 3, 2, 6. Und die 4. Also das war, das war einfach. Es gibt halt auch manchmal sehr, sehr einfache. Die in der Mitte sind halt die schwersten, weil das so gut wie immer, äh, alles irgendwie, ähm, äh, gibt es keine vollen Reihen mit Nullen oder sowas. Und tatsächlich, hier unten haben wir die 5, ist das hier eine 1, haben wir die 7 fertig. 3, 2, 3. 3, 1, 5, 5. 3, 2, 3, 3, die 1 sind, hier eine 1, 1, 1. Ne, das kann nicht sein. Ups. Da ist die 1 aber auf jeden Fall. Hier, hier muss eine 1 sind. 2, 2, zack, 1, weg. Die 4 kommt hier unten. Hin. 5, 2, so. So, machen wir auch erstmal den Rand hier fertig, würde ich sagen, ne? Hier nochmal zwei Nuller rein. Schöne Sache. Hier eine 7, 2, 5. Zack. Hier, 1, 1. Eine 1. Hier ist eine 3. Hier zwei Einsen. Hier ist eine 3. Hier, hier zwei Einsen. Äh, hier haben wir eine 3. Zack. Hier. Ja, gute Frage. 2. 1, 2. Das ist die 3. Hier ist die... Na, wo? Das weiß man nicht. Ich lass das mal. Hier muss eine 1 und eine 1 und eine 2. 3. So, okay. Dann ist das sogar so. Tatsächlich. Eine 1, eine 3. Dann wird das fertig. Hier eine 1. Das kommt weg. Hier eine 1. Weg. Äh, 7. 3 und 4. 1. Zack, zack. Zack und zack. Da war einer zu viel. Und nächster. Oha. Okay. Äh. Erstmal hier die 6. Dann haben wir schon mal eine 2. 1 sind mich. Dann gehen hier schon mal keine 5 mehr hin. Dann sollen wir hier die 5. Dann haben wir hier schon mal eine 3. Hier kann keine 2 mehr sein. Aber ich weiß nicht, ob das da oben eine 1 ist. Das ist das Problem. Hier haben wir eine 2. Okay. Das hier weg. 1, 1. Okay. 1, 1. Zack. 1, 2. Okay. Das muss so sein. So. Hier die 3. Hier die 2. Hier die 1 fertig. Hier die 2 fertig. Und hier die 1. Hier die 2 fertig. Hier die 2 fertig. Hier eine 2. Das ist alles weg. Die 6. 2, 1. 1, 1. 3, 3. Okay. Ging doch einfacher als erwartet. Haha. Und das nächste. Okay. Einfach alles weg, x-leute. Zack. Zack. Weg. Zack und zack. Haben wir die 5. Das fertig. Kann nur noch hier die 5 sein. Hier noch die 3. Wow. Also dafür. Wow. Einfach wow. Hier haben wir die 9. Hier haben wir die 8. Hier haben wir eine 8. 6. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 7, 7, 7, 4 haben wir fertig. Hier und hier. Das weg. Zack. Okay, die 4 haben wir. Hier noch eine 4. Hier eine 3. Zack. 2. Zack. Zack. Weg. 7, 1. 7, 6. Die 3 irgendwie. Das weg. Das weg. Das. Das. Weg. Zack. 1, zack. 1, zack. 3. Sehr schön. Hätten wir auch das. Zack. Oha. Ähm. 5. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Haben wir das hier fertig. Hier schon mal keine 3 mehr sein. Hier keine 2. Hier keine 2. Ähm. 1, zack. 1, 2, 3, 4, 5. Zack. Hätten wir das hier fertig. Hier keine 2 mehr. Hier 1, 2. Hier noch eine 2. 3. Weg. Weg, weg. Hier 5. Haben wir das weg. Eine 1 fertig. Hier haben wir eine 1. Das weg. Hier die 2. Hier eine 2. Da eine 1. Hier kann keine 2 mehr sein. 3. Zack. Eine 2. Die 2 weg. Hier noch eine 2 irgendwie. Dann kommt das weg. Dann ist hier die 1. 2. Zack. Zack. 2. Weg. 2. Weg. 2. 2, 2. 2. 1. 1. 5. So. Okay. Ich hoffe, ihr versteht immer meinen Gedankengang. So. Warum ich immer da und da was hinmache. Ich hoffe es. Zack. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 2, zack. Das ist eine 7. Und die 3 bis hier. Das kommt weg. Das ist hier und hier haben wir 4. Okay. Na, die 3 ist fertig. Das heißt, eine 7 ist hier unten. Das ist eine 1. Das ist eine 3. Das ist eine 2. Eine 3 mehr. Eine 3 hier. Zack. Zack. 2. Weg. 4. Dort noch eine 4. Hier die 2. Hier die 7. Hier ist die 4 fertig. 3. Die 5. Die 5. Hier eine 3. Hier kann keine 2 mehr sein. Zack. Hier muss die 1 sein. Hier ist eine 1. Hier ist die 3. Das ist fertig. Hier ist fertig. Hier ist eine 1. 2. Fertig. 1. Fertig. 2. 1. Puh. Das ist ja... Ne? So ein bisschen anstrengender als erwartet manchmal. So, hier haben wir die 2. Weg. 1. 1. Das kommt weg. Hier kommt mir die 2 hin. 2. Zack. 1. 2. 3. 4. 3. 3. 4. Zack. 1. 2. Okay. Hier noch eine 4. 1. Zack. 1. 2. 1. 3. Zack. 1. 1. Okay. Dann kommt hier und hier. Hier die 3. Haben wir hier die 3. Das ist fertig. 4. So. Das kommt weg. Hier noch eine 4 hin. Weg. 2. 1. 1. Und 4. Zack. Die 7. Ähm. Das kommt weg. 1. 1. 2. Ähm. Hier ist die 4 irgendwie. 1. Ich hoffe das war richtig. 1. Hm. Hier noch eine 1. Hier die 4. Die 3. Das ist fertig. Hier ist eine 1. Hier ist eine 1. zwei eins zwei vier äh eins ach ich komme in die ganzen Einsen hier durcheinander Leute das gibt es ja nicht hier die ganzen Einsen sind halt anstrengend hier so viele Einsenfelder auszufüllen oha so so und ne zwei vier noch ne vier fünf ne drei äh ne zwei vier fünf Felder und hier noch ein ne es sind sechs Felder oh ups sind hier doch sechs Felder hihi drei zack zack ist das hier die neun sechs zack fünf vier drei vier zwei zack bei zwei da ne zwei und hier ne zwei vier und das muss so sein äh hier können keine drei mehr sein das ist hier eine zwei hier ist ne eins zwei zack zwei zack zwei eins hier ist die drei hier die vier hier ne zwei fünf hier ne vier hier ne vier hier nur ne eins drei drei zwei zack äh zack und zack und zack okay die sieben erst mal die sieben ist immer ein guter Anfang so wie hier das war ein zu viel das ist immer so ein perfekter Anfang Leute weil man halt immer schön eine komplette Reihe hier schon fertig hat dann man kann von da aus dann erstmal weiter äh vorgehen das eröffnet immer wieder neue Möglichkeiten zack hier muss die zwei sein das ist die eins noch vier und eins die zwei ist hier fertig das hier unten ist fertig hier ist ne drei das heißt hier kommt nix mehr hin das hier ist fertig das ist fertig das ist fertig hier kommt die eins hin dann ist das hier fertig hier die drei eins hier haben wir die drei schon fertig hier kommt noch die zwei hin das ist hier hinten die drei eins geht recht fix ne okay das ist auch perfekt wieder so ne Reihe und hier sogar mit sechsen das ist super geil zack eins zwei 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 drei vier drei 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 das ist fertig hier noch eine zwei hier eine drei die Reihe fertig das hier soweit fertig drei vier so haben wir hier eine zwei das kommt weg hier kommt die eins hin die zwei zack zwei weg drei und eins das kommt weg hier die drei das weg zwei eins zwei zwei weg eins hier ist fertig hier die zwei hier die zwei hier die zwei hier eine eins und hier eins okay leute das war's scheinbar sehe ich gerade ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja dann bewerte die part wir sehen uns bei das nächste mal wieder haut da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da